Yo Leute, weiter geht es mit Dead or Alive 3, heute, oder jetzt ist die gute Chrissy dran. Na ist aber, das Kostüm gefällt mir mehr. Oh man sieht auch Schnitt, das ist schon mal gut. Der ist wichtig bei DOA. Oh man sieht, das Kostüm gefällt mir, oder ist das Kostüm gefällt mir, oder ist das Kostüm gefällt mir. Das Kostüm gefällt mir, oder ist das Kostüm gefällt mir, oder ist das Kostüm gefällt mir. Da ist das Kostüm gefällt mir. Und wie geht es mit Kostüm gefällt mir. Das war's für heute. Kickt die mich auch noch eiskalt raus, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, was haben wir durch noch rausgekickt? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, das ging schneller als ich es erwartet hatte. Hey. Hey. Interessant. Ja gut, haben wir ja Gott sei Dank viel nackte Haut gesehen. Sonst hätte ich das rauskärten müssen, aber ich denke mal jetzt in Ordnung. Alles klar Leute, wir sehen uns dann zum letzten Part gleich wieder.